Bist du sicher, dass ich dich nicht fahren soll? Ich bin sicher. Dankeschön. Gute Nacht, Nancy. Du weißt nicht, wie das ist. Schlaf, meine Liebe. Schlaf. Hey, komm. Kannst du noch das Küchenkapier vom Rücksitz mitnehmen? Es ist ein überraschender Fakt, dass laut den Statistiken mehr Fälle von Nekrophilie in den Vereinigten Staaten nachgewiesen worden sind, als irgendwo anders auf der Welt. Ich habe mich dafür entschieden, die Polizei anzurufen. Wissen Sie, ich arbeite am Mary Lawrence-Fall. Oh ja. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn es recht ist. Ich schätze, Sie sind auf der Suche nach Neki, richtig? Wir nehmen an, dass Sie vielleicht wissen, wo sich Ihr Neffe aufhalten könnte. Kann ich dir irgendwie weiterhelfen, mein Lieber? Du kranker Bastard. Ehrlich. Jetzt wirst du büßen, für was du ge... Heißt du etwas über Druckpunkt, Nikolaus? Sagten Sie nicht, dies wäre eine Abstellkammer? Darf ich mich umsehen? Aber natürlich bitte. Geh! Heute Nacht werde ich diesen Hinterwäldlern zeigen, was ein richtiger Detektiv ist. Untertitelung des ZDF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF